Ach, da hinten. Hä? Ah, hier, hier ist richtig. Hier müssen wir. Hä? Wo bist du denn hingelaufen? Siehst du meinen Namen? Ja doch, aber mir hast du geleckt und bist jetzt Kilometer weit weg. Ach, da. Links. Wo bist denn du? Hier. Oben. What the fuck, alter. Wo ist denn da einer? War da oben jemand oder was? Ja, das war ein Skelett. Ach Gott. Ich dachte gerade, man. Wie viel Schaden hast du dein Schwert gemacht? Viel mehr dir. Nicht viel. Okay, da muss ich halt richtig draufziehen. Ja, aber ich hab Protection 1 drauf. Ja, ich hab auch Protection überall. Ich hab aber nur Sharpness 2, so stark wie ein Diaschwert. Ich hab 3. Also stark wie ein Diaschwert mit Sharp 1. Hä? Falsche Richtung. Ehrlich jetzt? Alter, sind wir dumm. Wo kamen wir her? Das ist die große Frage. Das ist immer das Schöne. Hier, ich hab's. Ja, hier ist richtig. Wo? Ja, gleich rechts abbiegen. Hier hinten. Genau da. Ah, Beste. Beste. Wir werden die Harzer liegen jetzt, ne? Hab ich auch gehört. Voller umständlicher Weg. WTF? Hä? Wo geht's hoch? Hier auf jeden Fall nicht. Müssen wir zuerst runter und dann... Ah, hier. WTF? Wir sind so dumm. Wir sind richtig dumm. Wir sind richtig dumm. Boah ey, das ist... Nee. Oh Gott. Das ist... Ist bei mir im Battle immer so. So, ich geh jetzt erst richtig auf Risky-Modus. Wenn ich merke, oh die Leben werden knapp, dann chill ich einfach nur noch. Oh, ich hab voll die schwitzigen Hände hier. Wir können das auflassen, oder? Oder machen wir zu? Machen zu. Ja, mach zu. So, welche Wolle wurden entdeckt? Wurde meine entdeckt? Gucken wir mal. Natürlich wurde meine entdeckt. Meine ist so krass. Offensichtlich. Ich hab sie mit Rosen verdeckt. Wo müssen wir jetzt? Gucken, wo ich die Wolle verstecke. Am besten mach ich das einfach, äh. Au. Hier. Hm? Ich setze hier die Wolle. Jo. Was war das? Das war meine Wolle. Achso. Ich dachte gerade. Auf geht's. Jetzt wird Wolle gesucht und getötet. Wohin? Auf geht's. Immer zusammenbleiben, ne? Team Adonis. Team Adonis, nee. Team Grün diesmal. Nicht mehr Team Schwarz, wie gewohnt. Aber trotzdem Adonis. Das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. So mit Bedrock. Anstatt mit... Wo bist du? Wo bist denn du jetzt hin, Alter? Das darf uns nämlich nie passieren. Wo bist du hingelaufen? Alter. Ich seh' dich. Bleib stehen. Ich bin beim Fluss. Das... Sowas darfst du niemals machen. Du darfst nie von mir weglaufen. In der Lebensversicherung. Small. Oh, okay. Du musst Renner Distanz erhöhen. Pass auf mich auf. Ja. Perfekt. Ich brauche mehr Sicht. Ganz viel Sicht. Bei Blazers letztes Mal, das ist ja mein Team, äh, mein Team war richtig gut, weil er hatte so auf Ultrafast, auf Ultraweiß, hat immer alles gesehen. Ja, das wär' doch geil. Au. Jetzt schön auf den Ausschau halten. Au. Nach Wolle und allen anderen Sachen. Du bist noch hinter mir, ne? Ja, ja. Alter. Warte los. Ich bin zu dumm zum Sprinten. Wintern. Alter. Ja. Siehst du irgendwo Namen? Ne, ne? Ne. Einmal so über die Map zu laufen, ist eigentlich auch immer richtig gut, weil du lernst die Map irgendwann auswendig. Schau mal. Wo du irgendwo mal, an manchen Stellen mal oft langläufst. Ach, du weißt Lava. Es hat gelag, du bist zu weit weg. Bleib nicht stehen. Ich geh ja nur noch. Boah, wie das leckt. Das ist so kacke, ey. Ja, mal gucken, ob das gleich sonst ein Verhängnis wird. Oder vielleicht sogar, dass das Wut ist. Für uns. Mal gucken. Oh mein Gott. Ach, ja. Fuck, Mann. Wo bist du jetzt hier hin? Links. 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 Ja, ja, ich seh dich. Ach Gott. Jetzt wird einfach nur Wolle gesucht und guck, dass wir irgendwie mit jemandem in Konfirmation geraten. Wenn die halt sich nicht alle noch verpissen. Ich hab so dreckig schwitzige Finger und Spaß. Ja, ich auch. Au. Nicht der einzige. Da bestimmt irgendwo Wolle versteckt. Weiß ich doch. Hier ist ein Minending, aber da ist eh niemand runtergegangen. Kann ich sein, dass da niemand ist, ey. Dass man nirgends verdammte Wolle findet. Ja, das ist. Denn so groß ist die Map jetzt auch nicht. Kommt's denn. Trotzkin, Trotzkin. Das ist echt krass. Ey, Raza muss auch übelst Glück haben, dass der Wolle findet. BTF? Time to strike. Warum? Hä? Nicht leben uns? Hä? Was? Ja, doch zwei Gegner Wolle. Ich hab keine Ahnung, was da grad abgeht. Was lane? Es geht los. Komm, komm, komm. Wir müssen die suchen. Die ersten prügeln sich. Basti. Basti und die sind richtig in Fights drin, denke ich mal. Basti lebt noch. Basti können wir töten. Ne. Exo. Exo lebt. Exdings. Bums. Bums. Lebt. Nix. GG. WTF? Wo müssen die finden? Ich hoffe, die waren nicht unterirdisch. Ne, glaub ich nicht. Ja, die sind abgehauen. Okay. Müssen wir schnell sein. Und hoffen, dass wir in die richtige Richtung laufen. Hier ist der Lavasee vom Anfang. Glaube ich, dass das sehr vom Anfang war. Wenn ja, müsst ihr hinten gleich das Spawnhaus kommen. Dann ist jemand. Komm, komm, komm. Wo bist du? Aua. Oh, Herrgott nochmal. Komm schnell. Ich fall immer kurz vor dem nächsten Block. Digga, wenn Kriegen wir... Ne, das sind Basti und Raptor. Wir laufen einfach mal hinterher. Wir wissen, dass Frieden ist. Bas... Was? Basti und Raptor. Wie lange haben die Frieden? Weiß ich nicht. Zehn Minuten, glaube ich. Die laufen da hinten hin, wo die getötet worden sind. Da ist bestimmt noch der andere. Wir werden die anderen wegbälchen. Wir werden die anderen wegbälchen. Wir dürfen die nicht töten, ne? Nicht vergessen. Ja, ja. Boah, ey. Pass auf, wenn die uns angreifen, dann dürfen wir die auch angreifen. Ja, ja. Zehn Minuten haben die. Wieso? Ich bin hier direkt bei dir. Ah, fuck. Ich dachte, die rennen genau dahin, wo die getötet worden sind. Und dass die anderen da auch noch sind. Da sind Kisten. Da sind Kisten. Ja, hier muss irgendwo eine verdammte Rolle sein. Ja, hier ist irgendwo ein Lager, denke ich mal. Wenn hier Kisten sind. Ja, Avira, halt die Fresse. Nicht jetzt. Ja, hier sind viele Berge. Ich denke mal, dass hier wirklich irgendwo was ist. Bestimmt. Wo bist du? Hier am rumlaufen. Ach da hinten. Ich bin nicht weit weg, keine Sorge. Ey, Gott, verdammt. Wollen wir ein bisschen baiten? Wie wollen wir die baiten? Einer rennt kurz ohne Rüstung rum. Und der andere kommt dann von der Seite. Bam, mundert es die weg. Ja, sicher, Alter. Wir werden jetzt einfach hier ein bisschen rumlaufen, ein bisschen chillen. Bist du jetzt schon wieder? Ja, rumlaufen, behalte mich mit dem Auge. Ohne Spaß, Alter. Legen. Du bist mal da und mal da. Hier. Das ist der Spawn. Wir sind am Spawn. Okay. Wir sind am Spawn. Es gibt diesmal keine Wüste. Schade. Echt nicht? Ne. Leider nicht. Ja, so wie ich die Map jetzt schon gecheckt habe, leider nicht. Wir haben riesige freie Flächen, aber... Hm. Hm, 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 hm. Ist hier das Ende. Ja. Aber wir sollten jetzt erstmal ein bisschen rumlaufen und dann gleich jemanden abfangen. Wenn halt jemand hier uns über den Weg läuft. Wieso hat die jetzt geliftet, lol? Äh, ich denke bei Internet oder irgendwie sowas. Oder nicht. Hi. Na? Na? Okay. Warte, pass auf. Wo bist du? Da hinten. Ok. Lol. Hier ist es Nacht. Die Musterin. Nacht, Nacht, Nacht. Der Schrecken erwacht. Lel. Hier ist es Nacht. Das ist ein Monsterin. Nacht, Nacht, Nacht. Nacht. Nacht, Nacht. Der Schrecken erwacht. Er fiel mir, äh, Dinge ins Farmen. Leben, mein ich. Wir finden gleich bestimmt schon irgendwas. Du siehst mich noch? Ey, ganz ehrlich, das ist... Du siehst mich noch? Kautover! Basta! Basta! Gott! Wieso tötet der Kühe, Mann? Der soll doch unterirdisch gehen. Wartest du kurz bitte? Muss hier hoch. Scheiß, hängen geblieben. Ich bin hier oben auf dem Berg, warte da. Ne, das war keine Wulle, das sah nur so aus. Alter. Alter. Wir hätten gleich irgendwas, irgendwas, wir hätten gleich umhauen. Da hab ich voll Bock drauf. Ja, Alter, das ist voll becherkert gerade. Wir finden aber gleich schon was. Keine Sorge. Toribus. Toribus, die... Die ist so sorry. Was los? Ah! Oh, Skelett. Da unten ist jemand. Beide die erschwert, Encharted. Aber nur auf Stufe 1, sie sind Shakers, die kommen mit. Nicht die! Erwischt. Lol. Ups. Ja, super. Es wissen... Hinter dir Screeper, pass auf. Es wissen die anderen auch, dass wir hier sind, weil du sorry geschrieben hast. Komm, schnell. Komm mit. Bist du dicht bei mir? Ja, dann komm mit, wir müssen jetzt richtig kuscheln. Komm mit. Gehen. Gehen. Gehen und das Ganze... Hinter dir. Ist doch egal. Komm, hopp, weiter. Sprinten halt ein bisschen. Wird schön beieinander bleiben. Das ist ein Hexel. Auf von denen wegbleiben. Deine sind die. Siehst du die? Diese Richtung. Ja. Ey, ohne Scheiß, wir können jetzt nicht halten. Doch, können wir. Wir haben immer gemacht. Komm einfach. Geh dich, bist du bei mir? Gut. Hinter dir. Wenn es zu weit wird, sag Bescheid. Wir dürfen uns jetzt keinen Fehler erlauben. Da hinten sind die. Sneaken. Wir können die hier in diesem Gebiet nicht fighten. Das wäre ein Todesurteil. Außer wir erwischen die richtig krass gut. Chillen jetzt. Weiter. Über die Bäume, wenn es geht. Warte kurz, bitte. Hier, auf der anderen Seite, unten am Sneaken. Spring rüber. Bist du schon rüber gesprungen? Das leckt gerade, glaube ich, oder? Ja, ja. Liegen jetzt. Irgendwie auf den Baum kommen. Komm auf den Baum hoch.